Im Hause Perl gibt es den neuen Internet-TV-HDMI-Stick MMS 864. Er wurde bereits von uns vorgestellt. Jetzt interessiert uns der Umgang mit dem mobilen Android 4.0 TV HDMI PC. Auf der Fotokina 2012 haben wir den Mini-PC MMS 864 an unseren HDMI Full HD Monitor, der auf der Fotokamera montiert ist, angeschlossen, um so die Mobilität des Micro-TV-HDMI-Computers zu testen. Wie erwartet startet der Micro-TV-HDMI-PC ohne Probleme. Dank seines WLAN-Standards BGN konnten wir uns sofort ins WLAN-Netz des Pressezentrums der Fotokina problemlos einloggen. Als Stromversorgung haben wir unseren mobilen Akku 1600 mAh, nicht im Lieferumfang enthalten, an den TV-HDMI-PC angeschlossen. Somit steht uns eine unabhängige Stromversorgung für 45 Minuten zur Verfügung, wodurch zusätzlich die Mobilität gewährleistet ist. Nachdem der TV-HDMI-PC an unserem Kamera-Full-HD-Monitor angeschlossen und gestartet ist, wurde die Internetverbindung aufgebaut. An unserem TV-HDMI-PC wurden zuvor ein USB-Hub und ein Kartenleser angeschlossen, damit wir unsere Fotos direkt und unabhängig von einem Standard-PC an unseren Server übertragen können. Die Bildübertragung, aber auch das Internetsurfen laufen reibungslos. Es ist sogar dank des TV-HDMI-PCs möglich, die Fotos direkt aus der Kamera und der zusätzlich anmontierten Videokamera zu übertragen. Selbst Textdateien abrufen bereitet keinerlei Probleme. Lästig ist nur das mühselige Rumhantieren mit der gewöhnungsbedürftigen Funkmaustastatur, wobei wir für die Mobilität keine bessere Alternative zurzeit kennen. Das Fazit für den mobilen Internet-TV-HDMI-PC-Stick sieht so aus. Mit seinem derzeit aktuellen Android 4.0-System, einem GHz-Prozessor-3D-Grafikchip und einem Arbeitsspeicher von einem Gigabyte hinterlässt der TV-HDMI-PC-MMS 864 in USB-Stickform einen sehr guten, zuverlässigen Eindruck. Für einen langen Betrieb muss man das originalen Netzteil benutzen. Ein Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Handhabung kann man nur sagen, auspacken, einschalten, Google-Konto einrichten und loslegen. Einfacher geht es nicht. Die Befehle werden flink umgesetzt. Das WLAN mit seinem Standard-BGN-System ist zuverlässig. Der Preis von 99 Euro für einen mobilen TV-HDMI-PC-MMS 864 liegt im finanziellen Rahmen. Wenn man die Funkmaustastatur benutzt, kann man doch schnell ermüden. Übrigens lassen sich auch herkömmliche Standard-Tastaturen anschließen. Der HDMI-TV-PC bekommt von uns für seine Zuverlässigkeit und Mobilität eine Kaufempfehlung. Am Rande ist noch zu erwähnen, dass die Tastatur und die Micro-SD-Karte nicht im Preis von 99 Euro enthalten sind. Die Tastatur selbst kostet ca. 40 Euro. Als Speichermedium empfehlen wir eine 16 bis 32 GB Micro-SD-Karte. Die Tastatur selbst kostet ca. 40 Euro. Das war eine 16 bis 32��i. Vielen Dank.